Und ich bin schon mit Alex zusammen und wir, also wir drei, wir sind auch schon in einem Team. Ja, ähm, ja da wollte ich noch was mit euch besprechen. Und zwar haben mich Oso und Köbi auch gerade gefragt, wegen des Geocachings und dann hab ich, also... Ja, seid doch jetzt mal ein bisschen locker. Oder habt ihr Angst, dass ihr so ohne Alex nicht drauf habt? Ja, das scheint ja wohl eher euch so zu gehen, nicht wahr? Bibi, die Jungs kennen sich ja echt nicht aus. Also, ich fänd's echt angemessen, wegen Gastfreundschaft und so, oder? Ja, ja, total. Dann nehmen wir einfach François mit in unser Team. Super Idee. Also Jungs gegen Mädchen. Nee, Mädchen gegen Jungs. Kein Problem. Ich bin auch da offen. Also, irgendwas stimmt in meinen Händen nicht. Ja, ihr Spinner! Spinnst du? Du bist der Allerkunste, oder? Ja. Ja. Ey, nutzt deine Informationen, wir sind auch eine Runde weiter. Ja, hab ich schon gehört. Ihr habt euch ja auch von diesem Creepy Hippie den Weg zu diesem komischen Auto zeigen lassen. Typisch Mädchen eigentlich. Jungs die Arbeit machen lassen, ha? Tja, wir können halt mal eine Frage stellen im Gegensatz zu euch. Kein Wunder. Ein Mann, ein Wort. Eine Frau, ein Wörterbuch. Oh, das waren aber schon zehn Wörter, weißt du, oder? Oh, rechnen kann sie also auch noch. Oder war das wieder weibliche Intuition? Oh, so schlagfertig seid ihr dann wohl doch nicht, ha? Ene, mene, Sachsen. Grashalm, du sollst wachsen. Hex, hex! Mist. Guten Morgen. Klappt immer noch nicht was? Nee. Schau mal, bei dem ist doch auch wieder alles in Ordnung. Das wird schon. Hey, Alex! Oder auch nicht. Du, ich glaub, das ist nicht nur wen gestern. Der ist eifersüchtig auf François. Glaub mir. Klopp, stopp! Hex, hex! Hex! Oh, ich liebe Kempten so. Den ganzen Tag Sonne, machen, was man will. Hallo, Frau Feiko! Hallo! Salut! Guck dir die Mädchen an, ey. Nicht alle gleich. Köbi, du stinkst bis hier rüber! Immer wenn Jungs ins Spiel kommen, dann gibt's hier sofort Zickenkrieg. Spinnst du? Du bist der aller Küste, oder? Ja. Seid doch jetzt mal ein bisschen locker. Oder habt ihr Angst, dass ihr es ohne Alex nicht drauf habt? Das Rennen beginnt. Heute geht es um alles. Geocaching? Echt, moderne Schatzsuche. Jeder wird verändert von der Suche zurück her. Guck, guck. Du machst doch echt alles, um zu gewinnen, oder? Mädchen stehen auf Gewinnertypen, selbst wenn sie's nicht zugeben. Peng! Volle keine Anziehung. Susanne. Feuer! Mein Volkenschein brennt! Bibi, hilf mir! Noch ist nichts, Herrloch, Bibi. Mögen die Spiele beginnen! Wir sind doch jetzt Konkurrenten. Das hast du doch selbst so gewollt. Ja? Gefällst du nicht mehr? Nee. Was? Ja? Untertitelung des ZDF, 2020